Guten Abend. Ja, was ganz Trauriges passiert und zwar Michael Schumacher. Lauf das Mikro? Ja, okay, alles klar, gut. Ja, ich bin irgendwie, ich weiß nicht. Es ist super traurig, gerade der Michael Schumacher, der immer in seinen Formel 1 Rennwagen in Lebensgefahr war, wisst ihr? Gerade der hat jetzt einen Skiunfall in den Französischen Alpen. Er ist zwischen 11 und 11.15 Uhr mit seinen Skiern gegen einen Felsen gekracht mit dem Kopf und es besteht wohl Lebensgefahr. Er ist jetzt im Krankenhaus und seine Kopfverletzungen sind wohl schlimmer als erwartet. Michael, ich wünsche dir von Herzen gute Besserung und dass du schnell wieder auf die Beine kommst und ich hoffe, dass diese Rennfahrerlegende jetzt nicht deswegen sterben muss. Ganz ehrlich, gute Besserung, herzliche Grüße, lieber Michael Schumacher.